hallo und herzlich willkommen zu einer neuen let's play wb folge 96 wir sind hier auf der hüllenfeier halbinsel und brauchen noch ein paar medaillons und wir haben im moment habe ich gesehen war eben meine hauptstadt mit dem anderen charakter die sommer sonnenwänden fest oder funktionieren nicht alle küsse von daher gehe ich da gar nicht so drauf ein ich weiß gar nicht damals ja auf den live-servern hat klar funktioniert hier funktioniert das leute nicht so wie soll aber gut was soll es wo ich gerade den ruf bekommen gucken wie viel ruf wir haben eigentlich bei er entfeste weil den neutral okay das kann auch was dauern weil den ruf den brauchen wir nachher um die schlüssel zu kaufen da könnte das noch spannend werden und ich hatte jetzt gelesen einen gründer da fragt jemand wegen den addons die ich drauf habe ich kann ja schon mal ein bisschen erzählen hier das ist back on glaube ich oder one back die addons zum für die leist das ist dominos bei dominos ist das tolle man sieht auch direkt was aktiv ist was nicht auch auf dem gegner und jetzt tot ist zum anderen ich verlinke das alles noch mal auch eine beschreibung wenn es aktiv ist zum beispiel hier ist das dann rot umkringelt was beim gegner aktiv ist das ist ganz toll und dann sieht man zum beispiel der dort ist ausgelaufen oder so beim hexenmeister ja das ist sexy map finde ich immer eine der nettesten maps noch einen turm theoretisch markieren müssen ich habe es auch noch nicht geschafft und aktis replik oder so heißt das da kann man sehen wo die rezepte herkommen und welche man kommt das ist auch ganz praktisch ja gut pratt haben wir noch drauf die zeiten die fuba haben wir drauf mit geld fu performance fu aber die meisten sachen sind bei der fuba dabei wenn man sich dann oben installiert hat man das auch noch mal zum beispiel hier oben drin oder location das hier ist catagraph und dafür und scrolling combat text habe ich noch drauf aber das ist für die dsr unwichtig sehr feiler hier sieht man nur woraus die gruppe besteht ich habe immer gern alles im auge mhm kann auch gucken oh jetzt sind schon viele tot stellen wir uns über tot guck mal um ein oder andere turm ich meine das war der turm da vorne aber der funktioniert irgendwie nicht wenn der nicht funktioniert lassen wir die quest müssen wir die quest einfach auslassen ja wie gesagt geschafft leder zu verarbeiten habe ich noch nicht ich habe noch ehrlich gesagt auch noch keine lust weil dann hätte ich auch hier weg gemusst hätte ich einfach hier weiter aufnehmen können aber gut was solls aber wie schon gesagt bin froh dass wir hier in der schabenwelt sind macht am meisten spaß na gut dann musst du halt sterben und hier sind rote orks warum die rot sind wir jetzt hier allerdings nicht wie sieht ein bisschen komisch aus ich versuche mal die doofe kiste hinzuletzen ach hat funktioniert war es einfach nur verpackt letzte mal vielleicht musste man dann nur mal ein und ausloggen oder es stand schon davon an oder war ja noch waren ja noch welche vielleicht deshalb ich glaube level abkriegen wir noch nicht dafür sind wir dann doch noch was arg wenig gemacht 36 prozent das reicht leider nicht das war ein fliegender gast die kommen schon mal einfach so auf den boden das ist lustig das ist kann ich euch helfen fix ja aha ich glaube das wäre dem könig nehmen wir sehr schön da 30 hat man über das ist wie ist das denn ich weiß es gar nicht mehr wie das doofe etwa hieß rating basta genau richtig so ist das das lichtsegnung rating basta das ist auch cool das ist das nicht mehr ich glaube ich genau hier die rüstung geben auf der rüstung aber gut immer schlecht dann müssen wir uns auch mal was anderes holen noch vom schliegenden und da hier Das ist tot, halten wir das lang. Da wollen wir uns ein Freund halten. Wollte auch eigentlich gucken, wieviel Quests wir noch brauchen, oder? Naja. Geht das manchmal los? Der mag mich aber, ne? Geht immer noch ne Reichweite für das Schwert? Nein, außer Reichweite. Leder mit. Oh, ich hatte sogar einen Fehlversuch. Äh, Knotenhotten, ne, wo waren wir denn hin? Ich hab doch grad. Knotfetzen. Die Fetzen? Ne. Hm. Tja, wo sind nur die Knotenhotfetzen? Na komm, wir schmeißen machen wir nicht mehr. Ähm. Ich seh sie nicht, seht ihr sie? Da. Ich glaub, aus 10, aber da muss man, äh, skillen. Für, eben, Lederverarbeitung aus 10 oder aus 5, kann man ein Knotenhotleer machen. So. Wollte ich sagen. War gemutig hin. Versuchen ein bisschen die Wachen zu umgehen, damit wir nicht direkt alles pullen. Hm. Soviel dazu. Ja. Ja. Ich weiß, das ist die einfachste Methode. Das war nicht die schönste Methode, aber... Aber gut. So. So. Schaffen. Hier. 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 Nicht ganz geschafft. So sind wir direkt davor, können uns wieder beleben. Holen unser Bett. Da und nehmen dann auf die Glocke. Dann kämpfen wir uns raus und wenn wir da vorne stehen an der Tür, müssten wir es eigentlich so weit schaffen, dass wir einfach wegreiten können. Aber ich glaub, da gibt's auch was cooles, hab ich gesehen. Was ist das? Ich hab gedacht, dafür gibt's was cooles. Hier kriegen wir gleich noch eine tolle Buchs. Oder ein Hut. Wurst haben wir besserer. Okay, da kriegen wir nix. Da hätten wir eine Wurst bekommen, aber unseres ist wesentlich besser. Das können wir, äh, nehmen wir dann trotzdem. Nehmen wir... 2 Gold, 2 Gold, 2 Gold, 3 Gold. Nehmen wir die Brust auch. 3 Gold. Weil hier an den Items die wir bekommen, da kriegt man auch viel Kohle zusammen. Wir brauchen ja viel Kohle. Können wir das normale Reiten dann erstmal. Oh, hier gibt's ja schon eine Wurst. Das ist Portal unterbrochen. Ah, ich glaub, da müssen wir nochmal fragen, ob wir so ein Portal-Ding bekommen. So. So. Aha. Schnell essen, trinken. Gucken wir mal, ob wir unseren Freund holen können. Die Saugel von Killrock ist eigentlich gar nicht da. Ach, wenn wir noch Glück und Unglücke. Aha. Aha. Sehr schön. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ich glaub da ganz damals irgendwo, als ich im Kopf, dass der Elite mal war. Irgendwie. Ich hoffe, der läuft nicht weg, aber ich glaub nicht. Okay, der geht nur in Rage. Dann ist gut. So. Schön. Ähm. Das kommt für uns raus. Und dann... Können wir das gleich mitgeben. Ich will hier grad so ein bisschen machen. Ich glaub, ich potte mich dann, hab ich noch stummend. Das ganze Leder gelöhnt. Gucken wir weiter rum. Ich hoffe, weit genug. So. Und dann... In der nächsten Folge werde ich das so machen, dass wir dann wieder hier irgendwo in Erdenfeste starten. Ich glaub, das ist das Einfachste. So. Und dann... Ähm. Ähm. Auch Schlingeln, zieht der den Internet in Stock. Oder Ast. Oder was das ist. Nee, 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 nee. So kann's nicht gern. Nee, nee, nee. Genau. So kann's nicht gern. Sehr schön, sehr schön. Ich dachte immer, das ist ein Kreis zum Rumlaufen. Jetzt fangen wir mal so ein Band an und reiten weg. Ich weiß nicht, wo ganz die Hoffnung ich hatte. Schnell weg. Schnell auf die Tiege. Ich pull auch alles hier. Warum auch? Ach, ich weiß warum. Wir sind noch sehr klein. Wir sind noch 59. Ich hatte irgendwie 60 im Kopf. Okay. Kein Wunder, dass wir alles pullen. Ja, wir haben trotzdem gut überlebt. Auch wenn wir einmal gestorben sind. Aber das ist Verabsicht. Ganz klar, das ist Verabsicht. Ich muss mal gucken, ob ich das Mikro eventuell lauter stellen kann, weil es sieht sehr leise aus. Ähm... Weil ich musste mein Windows nämlich noch installieren. Jetzt haben wir Windows 10, aber... Geht so. Schön. Jetzt müssen wir eh nach Ehrenfesten. Perfekt. So, dann können wir die Ehrenfesten, glaube ich auch noch. Dann können wir nämlich auch noch abgeben. Aber hier war da auch noch eine Quest. Mal gucken. Goh, du mal gucken. Was geht euch durch den Kopf? Haben wir den komischen Zünder denn noch? Ja, hören wir. Ah, okay. Ja, okay. Wir müssen... Von den Dämonen hier... Ja, ich erinnere mich. Ja, äh... Steine. Allerdings, wenn wir das schnell machen... Sagen müsste das eigentlich Funksnockel. Hm... Eine Dämonen, kriegen wir die Steine. Dafür brauchen wir vier Stück, meine ich. Und dann können wir nicht diese Partage hier zerstören. Mit dem Zünder. Und wenn wir dann schon mal in der Hauptstadt sind, gucke ich direkt mal beim Lehrer, ob ich meinem guten Freund auch weiter Dings beibringen kann. Zum Heilen. Also mir. In dem nächsten Rang dafür. Aber das wäre gar nicht mal so verkehrt. So. Malen. Sehr schön haben wir schon. Oh, die Pfützen. Das ist nicht mehr gut funktioniert. Das ist nur was. Reißen Schmiede. Okay, der ist dafür brauchen wir auch mal vier Stück. Und da hinten ist irgendwo eins. Das ist schon ein Dämonentor. Was ist das? Müll. Gleich verkaufen müssen. Unbedingt. Okay. Ist das schon mal ledig. Ich muss mal überlegen, wie ich den am besten heile. Oh, passt. Passt, passt. Weil durch diese Dämonentore kommen die Dämonen in die Scherbenwelt. Das ist netter, glaube ich, gut. Mit dem Portal. Puh. Das ist nur auf uns aufpassen ein bisschen. Ein Mannertrank haben wir gar nicht dabei. Okay, lassen wir das. Hm. Gehen wir nach Ehrenfeste. Ich glaube, das ist das beste Ehrenfeste. Ein, zwei Quests abgeben. Und dann, wie gesagt, haue ich nach Sturmwind ab. Mache ein bisschen Lederverarbeitung. Und wenn alles klappt, sind wir dann hoch genug, dass wir uns auch eigene Sachen herstellen können. Weil die sind wirklich cool, die Sachen. Vor allem diese Sets, die man herstellen kann. Ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Wie hoch waren wir denn? 166. Hm. Ja, aber wir haben ja fleißig gesammelt. Und, äh. Ja, haben wir jetzt davon 143. Weiß nicht, ob das funktioniert. Lassen wir uns mal gucken. Wer hat die Flamme? Okay, eine Kostung ist sonst. Ist auch mal gut. Es ist okay, alle funktionieren nicht. Gibt die Quests ab, gibt die Quests ab, gibt die Quests ab, gibt die Quests ab. Hat das Homes ab. Ähm. 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 Logbuch. Da müssen wir nur zwei hier drin haben. Wohl hier wird angezeigt zum abgeben. Gucken wir da einfach mal nach. Da auch eine? Da auch eine? Doch, da müssen wir auch eine abgeben. Die war lustigerweise nicht angezeigt. Ja, da liegt unser Freund Aslan. Ja, klar. Warum auch immer. So. Und hier können wir dann direkt auch eine Quest annehmen. Ja, okay, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Da müssen wir nämlich, ähm, da müssen wir nämlich ins, ach, wer ist das denn? Eine Citadelle nicht? Ne. Äh. Hier doch. Auf jeden Fall Citadelle. Und zwar. Im Blue. Nein, nicht im Blue. Das ist Schmetterlein. Aber allerdings auch nicht. Was ist hier? Auf jeden Fall ein Bullwerk. Citadelle war falsch. Sehr schön. Seid herzlich gegrüßt. Die Geister funktionieren nicht. Den Weg, den nur wenige gehen. Erinnert euch an die Leben der Herren. So. Aber ich werde jetzt nach Sturm hinfahren. Äh. Reisen. Dann sind wir uns hier ungefähr in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Macht's gut. Lasst doch ein Abo da. Und, äh. Auf Wiedersehen.